So Leute, Part 2 hier, 180 Flöhe drauf, 1,50, let's go. Book of Ra. Da ist kein Lauf drin, weißt du, 2, 3, 4 mal Spiele hintereinander, so dass du mal 5, 6, 100 machen kannst, so viele Spiele gab da ja. Echt. Obwohl eben, Dame hat ja nicht schlecht bezahlt hier, 2 mal 4, paar mal dies, paar mal das, oder irgendwas, aber da kommt dann kein Nachtzieher. Jetzt ist es schon wieder auf der Zerstörung, ne? Ja, ja, weil auch nichts zum Halten kommt. Weißt du, keine Bilder, die dich halten, das ist das Problem an den ganzen Schoßen hier. Jetzt machen wir ein paar verfülzte Bücher hier drin, dann bist du wieder im Geschäft. Jetzt schlafen wir das. Früher haben die auch Rufvormilder jetzt mal gegeben, Fahraus oder irgendwelche Sachen, die Kauflöten sind. Fahraus, er weiß wie lange ich das nicht gesehen habe. Ist auch nur selten. Ist so. Da muss ich dir voll und ganz recht geben, im Sauggerl. Euro hier bis 130, dann die 30 Euro auf 1,50 und dann 100 Euro auf 2 Arschlecken. Ich hab keinen Bock mehr. Ja, ich hab keinen Bock mehr, Mann. Ich bin ja im Sack, dieses Hin und Her hier. Und die sind auch schon länger hier. Sowieso fressevoll. Das ist, äh, tschüss. So, jetzt muss er rein. Jalla, jschweinhond. Jalla, jschweinhond. Er ist ein Schmuck. Er ist wirklich ein Schmuck. Das ist ein Schmuck. Das ist ein Schmuck. Ja. So. Lass den mal abfressen nach. Wollschand. Ja, ja, hast du gerade gesehen. So ein Sauggerl, ey. Schön bescheuert angeglotzt. Den auch, dass ich sich bedankt hätte, dass ich den vorher glühend heiß gemacht hab. So, weißt du. Ach ja. Ja. Da kann er sich in die Haare schmieren. Da ist 30 Euro oder so. Da hagelt das schön durch, da an der vierten Stelle. Ich verstehe das nicht. Ach. Auf was. Er hat jetzt durchgepfeffert und erwartet. Ich weiß es egal, was jetzt hier passiert. Macht er jetzt einen Brecher oder nicht? 100 Stück, gehst du da rum und 100? 100 gehe ich auf 2 Euro, ja. So. Ich weiß es nicht, dass der jetzt vorher nochmal reingeht. 1,50 Euro ist auch ein gutes Fach. Ich habe mal ein paar süße Bücher hier. Das sieht hier wieder aus, nach Verbrennungen 300 Grad ist. Normalerweise müsste hier nur noch verbrannte Asche. Eigentlich sitzt hier gerade nur noch verbrannte Asche und hält das Handy. Die letzten paar Sparen angesäbelt. Bei so einem Lauf. Ja, das willst du machen, Alter. Bist du, dass ich das gemütlich gemacht habe? Ist doch mit am Schmalz. Schön mal zu fressen, aber ja. Wurde dein Schmalz dabei auch aus. Wie viel? Hat er schön noch vier Kilo Salzstangen da angeschliffen. Gleich geht er hin, wenn er auch sagt, dass du bitte den Ball. Wenn er fragt, dann solltest du sagen, das war für uns der Schmalz. Das war Money. Muss ja. Wenn er nur 2 Euro abdrückt, komme ich von hinten und ziehe mit dem Hockey. Ich lege eine, du mal. Hältst du von der Schose? Nur noch kleiner. Ganz genau. Ach ja, mein Gott. Viel Glück. Tolle Leute aber auch raus wollen. Jeder soll gewinnen, der zockt. Jetzt kommt die Totenmassur hier. Meinst du die normal? Keine Ahnung. Kann alles sein. Ein dreckiger Käferfer. Ja, da oben steht der Kackschlumpf doch. Drei Kilo gewesen ist auch gern. Drei Hundert wäre schon gut. Er geht jetzt rein. Mit Staturen. Stell mich schon mal hin hier. Boah, ich hab so Rücken-Pingst. Ist noch so, ich hab echt keinen Bock mehr. Ich bin ausgebrannt für heute. Wenn ich einen Wunsch hätte, einmal rein jetzt. Und Vorscha. Hopp oder Topmann. locale Jochen. Oder K mit 100 Spiele. Nissig. Hahaha, lustig. Oder jedes Mal fehlt der vergammelte Käpp. tremendous minutes left. Mit 360? politicians left. Was? Mit 300. 300 Möchtest du da noch aufpassen? Warum? Tja, gern halt nicht Möchtest du das schon rüberverdichten? Da fühlt ihr mich durch solche Sachen, die habe ich schon oft erlebt mit 150 Läufen, 200 Läufer gehen die gar nicht rein die Dreckse Schöpfen Ich hab schon Schlimmere gehabt Das ist nämlich so kriminell Ich weiß noch einmal was Ich war damals mit dem Dicken unterwegs Er hat gespielt Lucky Lady, 20 Cent Alter 4 Stunden ist er nicht reingekommen 320 Euro, kannst du dir vorstellen 320 Ja hier Aber guck mal Ach Quatsch Auf jeden Fall, guck mal 20 Cent Lucky Lady 4 Stunden Dauer geladen 320 Euro In der fünften Stunde kamen die ersten Spiele In der fünften Stunde kamen die ersten Spiele Ich weiß gar nicht mehr wie der hieß 720 Euro Kriegen wir den Furs schon? Nein Nein, ich hasse Mumien, Mann Nein Trotzdem, ich hasse Mumien Ach du hast Schmerzen, Alter Maus Übrigens 2x3 Welch zufrieden Alles auf der Studie, Digga Nein, Alter Ich hasse da Zeichen Maus Echt Ich bin nie mal gespannt, du Mach da wenigstens die verschissenen 3 4 sind 800 5 Stück sind 4000 Kannst du dir das vorstellen Kannst dir das vorstellen Guck, dafür hasse ich Mumien Weil Mumien kommt normalerweise immer erste und fünfte Walze Fast jeden Dreh Fast Ja, aber das ist nur Anzahl Ja, aber das ist nur Anzahl Jetzt Ich hoffe, der verlängert nochmal Wirgends mal ein 80er hier Schmau, ey Wie kaufst du hier das Schmalt dort, ey Niemals, Alter Ist noch Kilometer weit entfernt Ein 4 werfen würde, ja Aber ich glaub, der verlängert nochmal Ja, oben sogar Jetzt Oh, guck dir die Hurenbilder an, ey Schwanzbild Guck mal einen runter, ey Ja, und ein bisschen mit dem Krempel da Boah, ist das nicht Pissfreier, ey Mach da wenigstens die 400er, du Kack, einmal Jetzt kommt die Fakke Ich will mich ja nicht beschweren, aber trotzdem, wenn du solche Bilder siehst ja asozial Was? Ja, jetzt einmal 5, Junge 4.000 Klatscheimer, was hältst du davon? Dann kennst du den so dreckig, ja Ja Du willst den Schmalz Verlängert der nochmal? Ich weiß nicht, ey Ich will nicht so nur 5 Meter lange rutschen her Ja, aber so nicht, ey Guck mal da Alter, wieder oben drüber Mach doch mal 3 Ne, ist der, der links 3, 4 geht Was macht der Meister immer dann zum Ende hin? Eigentlich Ja, ja Ich sag dir, der verlängert nochmal, was bringt er denn? Ja Ja Er hat auch 2 Euro Jetzt kommt der Löschzug Halleluja Ne, scheiße, Dickerchen Ja, Moment Ist gar nicht lustig Halleluja Ist überhaupt nicht lustig Ja, nun aber Du musst da durch Ja, ich bin schon Ich geb's seit 20 Jahren da durch Ne, aber ich bin da trotzdem asozial Also ich gehe mal auf Toilette, lass mich da mal weiter machen Du bist sowieso, du bekommst gerade Ja, ist klar Nicht mal mehr die Standard-Mumien kommen, ey Hinten vorne Das ist eine Verlängerung, aber du kriegst nichts auf die Pappe Ich hätte dir jetzt gedacht, Minimum 4 Euro Naja, gar nicht Ich hab direkt gesagt, das ist das asozial Ich mag das nicht Das ist mit Plan B Weiterspielen, was für Plan B Ja, Plan B Das kannst du ja nicht mehr so bleiben Ah Ich glaub, jetzt verlängern wir mal hin Kann er sich im Arsch stecken Nimmst du einmal 3 geben, oder? Scheiße, der Halt ist weg Nimmst 3, sag ich ja 2 x 3 x 40 Spiele, Alter Was hat denn nix auf 2 Euro? Ah, da musst du 3 mal Komplett zu spielen Nix 454 Schlappen, Digga Naja, wow Soll ich verdoppeln? Das ist Schadensminimierung Kleinst Niveau Ist mir scheißegal, was für Schaden, Mann Wie ist das Spiel denn da drauf? Dann hat einer da mit Ich hab mal gespielt, das kann man getrennt Ich meine Ahnung Spiel ich aber jetzt nicht Ich bleib jetzt hier Hast du da drin? Haha Wenn er mal läuft Schau mal hier Schön da Den Hänger gemacht Schau mal hier Schön da Den Hänger gemacht Ja Vor Bildern oder Chancen genug waren ja da 40 Spiele war das dann dann Dreck Ja, ich will auch, aber macht er ja nicht Jetzt meine Fresse Das wär doch wohl nicht Christi Ja, ein schönes Buch rein 800 Piepen mit Spielen Das hätte er im Arsch gekratzt Wie kein Einsatz erlaubt Sam Winger oder was? Auch nicht nach links oder was? Wie oft er jetzt Bücher so zeigt, ne? Eins, zwei, drei Nullstellung? Nullstellung? Ah, dauert er noch 30 Minuten Quatsch 75 Minuten Weißt du, wie lange er dauert? Wenn er aus der Nullstellung kommt, passiert ja nichts Bucht er ja immer War das hier nur eine Finte mit den Büchern zeigen? Ach, selbst wenn es mir auch scheiße bleibt Wollen wir mal machen, Alter Boah Kommen wir nochmal rein hier, ey Was hat er denn nicht getan? Ja Wenn es 350 jetzt hier mal reingeht, dann gibt es Kollaps Die dreckigen Dings, Alter Dreckige Mumien Haben mich jetzt so abgenervt Echt Wirklich Ich hab mir den Zahn gezogen hier So Leute, ich geh mal eben deine rauchen, ey So Leute, wir spielen weiter mit Buchen 350 nebenbei raus Das hat er jetzt noch nie zum Laufen Hopp oder Top Hopp oder Top Immer diese dreckigen Käfer, ne Immer diese dreckigen Käfer, ne Mit zwei Büchern so gemischt Dann variieren wir jetzt noch mal extra so ein bisschen auf doof den Einsatz hier Ein paar Runden hier, ein paar Runden da So wie eben so ein bisschen auf doof Und rein, na klar Die ganze Zeit eben mit 62 Centern gespielt Die ganze Zeit eben mit 62 Centern gespielt Nichts Die Mumien haben mir den Rest gegeben, ja Die Mumien haben mir den Rest gegeben, ja Mause tot Ja Leute, viel Spaß auf jeden Fall beim Video Und äh Abonnieren nicht vergessen Kommentieren Liken Ganz wichtige Klamotten Da läuft die Scheiße wieder weg Keine Glöckchen einstellen Ja Standard Ja Da kommen auch keine Bilder mehr, ne So, dass der mal so ein bisschen klingeln muss hier Ja, nun aber Wahrscheinlich ist die Kiste noch heiß Vielleicht noch mit einem anderen Spiel Man weiß es nicht, ne Das ist richtig, aber gut Ja, das ist richtig, aber gut Ja, das jetzt eben so, weißt du, nach dem Dings Na, guck mal Ja, 300 Guck mal Der eben direkt, ne Nachdem der die Spiele liebt Hat der ja oft noch zwei Bücher, zwei Bücher, zwei Bücher gezeigt, weißt du Was hätte ja sein können, hat der jetzt noch mal reinjumpt Komm noch einmal noch da rein, mein Was ist denn? Schweinepriester Hat schon mit der 150 gepfassen oder was? Nein Das ist ja Lockmittel Ja Aber man weiß es nicht, manchmal Kommt der nochmal rein hier, der heilige Geist Bis jetzt hat der noch nicht einmal den vergammelten Preis hier geschmissen Ne Weißt du Das habe ich damals auf 10 Cent gehabt ohne Ende Ne Eine Stunde viermal gedümmert Naja Weil Aber das haben ja damals auch schon Kuh gesagt, dass das nicht der Fall wäre Aber ohne Einsatz Ja Das ist alles Kakerlake jetzt Ja Ist alles Kakerlake jetzt Tja Leute, leider vorbei Ach komm ey, sind wir schon um gerade, dann leckt mich doch Wenn drücken wir jetzt noch auf 160, dann ist da alles hier wieder am Lot Niemals direkt kaputt gegangen Kompassenz noch, alles gut hier Kaffeemüse Äh, Schluss Wenn der hätte gewollt, hätte der jetzt schon längst einen nachgezimmert, weißt du So Leute, finito Leider Gottes ist nichts mehr gemacht Kann man halt nichts machen, 320 Eier, viel Spaß mit dem Video Leute, haut rein Kaffee Kaffee